Autoliebhaber aus ganz Deutschland sind zum VW-Audi-Treffen in Bebra gekommen. Viele darunter haben ihre Autos mit viel Aufwand zu echten Schmuckstücken umgebaut. Gordon Fuhr ist einer von ihnen. Das ist ein Golf 5 GTI vom Baujahr 2006. Den habe ich als Neuwagen gekauft. Und der ist halt komplett umgebaut worden seitdem. Ungefähr 1000 Arbeitsstunden habe ich da reingesteckt. Flügeltüren habe ich verbaut. Die kommen hier von Lambostyle doors. Das sind hier die kompletten Journiere. Die habe ich mit angebaut. Leistungstechnisch habe ich an dem Motor jetzt 280 PS statt 200 PS. Somit wurde eine Software-Appimierung vorgenommen. Die Beelast-Ansaugsystem wurde verbaut vom Audi S3. Bildschirme gibt es bei mir im Motorraum in der Tankklappe. Vorne im Armaturenbrett und hinten im Kofferraum oben an der Kofferraumklappe. Es musste halt ein Gesamtkomzentrum stehen. Es sollte jetzt nicht verspoilert sein. Von vorne bis hinten, also die Gesamtoptik, die musste halt stimmen. Eingeladen zu dem Treffen hatten die Motorsportfreunde Bebra. Wechseln wir auf der Kofferraumklappe. Vielen Dank.